Wie haftet eine Genossenschaft? Fragezeichen. Nun, die Genossenschaft ist eine Kapitalgesellschaft. Und man kann die Frage beantworten, wenn man verstanden hat, wie eine Kapitalgesellschaft haftet. Es gibt andere Kapitalgesellschaften. Es gibt die GmbH, es gibt die AG und es gibt eben die EG, die eingetragene Genossenschaft. All das sind Kapitalgesellschaften. Wie sieht es aus mit der Haftung all dieser Gesellschaften? So kann man das sehr vereinfachen. Da kann man nämlich gleich auch die Frage beantworten, wie haftet eine GmbH, wie haftet eine AG? Also, wie haftet eine Kapitalgesellschaft? Fragezeichen. Und die Antwort lautet mit dem Gesellschaftsvermögen. Das heißt, die Genossenschaft haftet mit allem, was die Genossenschaft hat. Die GmbH haftet mit allem, was die GmbH hat an Vermögen. Und die AG haftet mit allem, was die AG hat an Vermögen. Mit dem Gesellschaftsvermögen. Man kann auch sagen, mit allem. Sprachlich jetzt nicht so ganz super, ja. Aber mit allem Gesellschaftsvermögen. Mit dem kompletten Gesellschaftsvermögen. Was haftet nicht? Nicht haftet. Grundsätzlich jedenfalls. Es gibt Durchgriffshaftung, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das sind Ausnahmen. Ja, ist mehr was für Juristen in speziellen Gebieten. Nicht haftet das Privatvermögen. So, und jetzt können wir wieder natürlich ein bisschen differenzieren, je nachdem wie die Frage lautet. Privatvermögen der Genossen, das war hier unsere Ausgangsfrage. Nicht, ja, noch einmal. Nicht haftet das Privatvermögen der Genossen, der GmbH-Gesellschafter oder der Aktionäre. Ja, das sind die Gesellschafter der AG. Okay, das haftet nicht. Aber die Gesellschaft haftet mit dem ganzen Gesellschaftsvermögen. Und das gilt für alle Kapitalgesellschaften. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Wollen Sie bis zum Beispiel?